Mach ein Finger runter und wenn du mehr als drei Finger unten hast, dann bist du meiner Meinung nach super sportlich und hättest den Sport einer Eins verdient. Mach ein Finger runter, wenn du als Hobby eine Sportart machst. Mach ein Finger runter, wenn du nicht einer der Menschen bist, die Sport einfach nur verachten. Mach ein Finger runter, wenn du mehr als drei Mal in der Woche freiwillig Sport machst. Mach ein Finger runter, wenn du ganz viele sportliche Klamotten zu Hause hast. Mach ein Finger runter, wenn du zu Hause oder in deinem Zimmer Proteinpulver oder Proteinriegel herumliegen hast. Mach ein Finger runter, wenn du gerne mit anderen Leuten über Sport redest. Mach ein Finger runter, wenn du in deiner Freizeit die Sportshows oder irgendwelche Sportarten im Fernsehen anschaust. Mach ein Finger runter, wenn du zu den Leuten gehörst, die einmal am Tag rausgehen. Mach ein Finger runter, wenn du heute schon die Sonne gesehen hast. Mach ein Finger runter, wenn du Sportschuhe besitzt, also Schuhe, mit denen du Sport machst und normale Straßenschuhe so getrennt sind bei dir. Und zuletzt, mach ein Finger runter, wenn du Spaß im Sport hast.